Herzlich willkommen im Bucerius Kunstforum zu unserer Ausstellung Here We Are Today, das Bild der Welt in Foto- und Videokunst. Der Titel der Schau, mit der wir die neuen Räume des Bucerius Kunstforums eröffnen, verweist auf die Aktualität und Relevanz der gesellschaftlichen Themen, die von den Künstlerinnen und Künstlern in den gezeigten Werken verhandelt werden. Sie helfen dem Betrachter, sich in der heutigen Gesellschaft zu verorten und selbst Position zu beziehen, zu den virulenten Fragestellungen unserer Zeit. Nicht zuletzt ist der Titel auch eine Anspielung auf den neuen Standort des Bucerius Kunstforums. Die Audioführung wurde erstellt von Daria Dittmeier-Hössl. Sie basiert auf den Texten des Ausstellungskatalogs, den Sie an der Kasse oder im Museumsshop erwerben können. Die Redaktion und Produktion dieser Audioführung lag in den Händen der Alexa-Audioproduktion. Als Sprecher hören Sie Florian Walter. In unserer Ausstellung zeigen wir Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern. Sie sehen Videoarbeiten und Fotografien und diese sind hochaktuell. Gemeinsam ist den versammelten Werken, dass sie die Betrachtenden ganz unmittelbar ansprechen, berühren und zum Nachdenken anregen wollen. Diese Kunst ist zugänglich, nicht hermetisch. Sie sperrt sich nicht gegenüber ihrem Publikum. Diese Offenheit ist ein wesentliches Merkmal der gesellschaftlichen Relevanz. Jede der gezeigten Arbeiten ist das Mosaikteil einer Antwort auf die Frage, wo stehen wir heute? Viele der Werke verdichten Lebenserfahrungen, die wir aufgrund unserer Herkunft und Geschichte nicht teilen, doch an denen wir Anteil nehmen können. Die Arbeiten weisen dabei stets über das Individuelle hinaus und befähigen uns zu Einsichten und Erkenntnis. Fotografie und Video sind wohl die künstlerischen Medien, die sich am meisten mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Dies liegt zum einen an ihrem visuellen Realitätsbezug, da sie meist mit technisch gewonnenen Bildern die Lebenswelt ab- oder nachbilden. Sie arbeiten mit realen Bildern, auch wenn diese nicht immer das sind, was sie zu sein vorgeben. Gleichzeitig stehen die Bilder der Foto- und Videokunst in Konkurrenz zu der Bilderflut des heutigen digitalen Zeitalters. So muss die Kunst Wege finden, sich von diesen Bildern abzuheben. Sie will und muss das Hinsehen provozieren, trotz unserer übersättigten Augen. Die Ausstellung ist gegliedert in fünf Themenbereiche. Es sind Themen, die jeden von uns angehen. Identität, Heimat, Vergangenheit, Verbrechen und Kapital. Und mit diesen werden wir beim Betrachten der gezeigten Arbeiten immer wieder konfrontiert. Dabei sind die einzelnen Themen alle eng miteinander verwoben und inhaltlich nicht immer scharf voneinander zu trennen. Die Zuordnung der Werke versteht sich als ein Vorschlag. Diese Vorschläge sollen den Besucher und die Besucherin zur eigenen Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen anregen. Die Frage nach der eigenen Identität beschäftigt die Menschen in der heutigen globalisierten Welt ganz besonders. Und eigentlich stecken darin stets zwei Fragen. Die nach dem Wer bin ich? und jene nach dem Wer bist du? Dementsprechend spielen hier Begriffe wie Subjektivität und Individualität, Zugehörigkeit und Gemeinschaft, das Eigene und das Fremde eine wesentliche Rolle. Die Antworten auf diese Fragen werden ganz unterschiedlich sein, abhängig davon, welche wissenschaftliche Disziplin man befragt. Zu nennen wären hier unter anderem die Psychologie, die Soziologie, die Kulturphilosophie, Pädagogik oder Politologie. Identität ist nicht angeboren. Es sind bestimmte Erfahrungen und Erinnerungen, die das Individuum prägen. Und unsere Identität ist somit nicht frei wählbar. Samuel Fosso wurde 1962 im Kamerun geboren. Nachdem er seine ersten Lebensjahre in Nigeria verbracht hatte, floh er 1972 infolge des Biafra-Bürgerkriegs in die zentralafrikanische Hauptstadt Bagui. Dort eröffnete er 1975 im Alter von 13 Jahren ein eigenes Fotostudio. Tagsüber fotografierte er seine Kunden. Abends porträtierte er sich selbst, um die Filmrollen vollzukriegen. In späterer Zeit wurden Serien von Selbstporträts, in denen Fosso in unterschiedlichste Rollen schlüpfte, zu seinem ausschließlichen künstlerischen Medium, so wie auch in der hier gezeigten Serie African Spirits aus dem Jahr 2008. Hier inszeniert Fosso sich als Malcolm X, Angela Davis oder Martin Luther King Jr., alles herausragende Personen der Geschichte und Kultur Afrikas bzw. der afrikanischen Diaspora. Die Auswahl der Dargestellten evoziert unweigerlich eine politische Aussage. Es handelt sich um Personen, die gegen die Unterdrückung und für die Gleichberechtigung der Schwarzen gekämpft haben. African Spirits, so Fosso, ist eine Hommage an die Führungsfiguren, die versuchten, uns zu befreien und uns unsere Würde als Afrikaner und Schwarze wiederzugeben. Die Personen, als die er sich porträtiert, sind so als ein Teil seiner eigenen schwarzen Identität zu lesen. Shirin Neshad wurde 1956 in Iran geboren. 1974, im Alter von 17 Jahren, ging sie in die USA, um Kunst zu studieren. 1979 kam es in ihrer Heimat zur iranischen Revolution. In deren Folge entstand das neue Staatssystem der Islamischen Republik und zwischen 1980 und 1988 wütete der Erste Golfkrieg. Im Jahr 1990 kehrte Neshad erstmals in ihre Heimat zurück. Sie war, wie viele damalige Rückkehrer, zutiefst bestürzt über die mittlerweile herrschenden politischen, kulturellen und sozialen Verhältnisse. Und diese Rückkehr bewirkte bei ihr eine Initialzündung, nach einer längeren Pause wieder künstlerisch zu arbeiten. In ihrer Fotoserie »The Home of My Eyes« beschäftigt sie sich mit der kulturellen Identität von Menschen aus Aserbaidschan. Aserbaidschan wurde erst im frühen 19. Jahrhundert von Iran abgespalten und war, wie Shirin Neshad sagt, lange Zeit ein Kreuzungspunkt für Ethnien, Religionen und Sprachen. Aserbaidschaner, das sind Leskier, Armenier, Russen, Talüschen, Türken, Tataren, Taten, Ukrainer, Zahuren, Georgier, Kurden, Udinen, Mescheten, Griezen und China-Lugen. Die im Jahr 2015 abgeschlossene Serie umfasst 55 Schwarz-Weiß-Porträts, von denen Sie hier fünf sehen. Die Personen sind alle nach demselben Schema dargestellt, im Halbporträt frontal vor einem neutralen Hintergrund. Die Hände sind vor der Brust verschränkt. Alle blicken direkt in die Kamera. Auf diese Weise provoziert die Künstlerin für die Betrachterin und den Betrachter eine innere Verbindung dieser Menschen, die ohne weiterführende Informationen nicht zu ergründen ist. Doch durch die Gleichförmigkeit der Darstellungen fallen die äußerlichen Unterschiede umso mehr auf. Und diese, so Neshad, verweisen auf die reiche kulturelle Geschichte Aserbaidschans. Die Porträtierten stammen aus unterschiedlichen Regionen des Landes und gehören unterschiedlichen Religionen an. Beim näher Herantreten erkennt man Linien. Erst wenn man dicht davor steht, werden die Linien als Schrift identifizierbar. Ausgespart sind nur die Augen, Lippen und Fingernägel. Denn nur die Iris, die Stimme und der Fingerabdruck sind bei jedem Menschen einzigartig. Neshad ließ Texte in Farsi auf die Fotografien kalligrafieren. Diese entwickelte sie aus Gedichten von Nisami von Ganscha, einem persischen Dichter, der auf dem Boden des heutigen Aserbaidschan gelebt hatte, sowie den Antworten der Dargestellten auf Fragen, die die Künstlerinnen diesen gestellt hat. Was bedeutet Heimat für dich? Was bedeutet kulturelle Identität für dich? Für diejenigen, die des Farsi nicht mächtig sind, bleiben die Bilder jedoch stumm. Ende der 1990er Jahre wandte sich Shiri Neshad dem Medium Video zu. Sie ist dabei sowohl beeinflusst von filmischen Traditionen des Ostens als auch des Westens, insbesondere jedoch vom postrevolutionären iranischen Kino. Der Film Roja entstand 2016 und zeichnet sich durch stark biografische Züge aus. Er basiert auf einem Traum der Künstlerin und besitzt entsprechend eine surreale Atmosphäre. Am Beginn des Films wird in einem Theatersaal das Lied »The Carnival is Over« aufgeführt. Dieses basiert auf einem russischen Volkslied und gewidmet ist es dem aufständischen Kosaken Stenka Rasin. Stenka Rasin lebte im 17. Jahrhundert. Er war in eine persische Prinzessin verliebt. Doch er tötete sie, als seine Freunde ihm mangelnde Loyalität ihnen und dem russischen Vaterland gegenüber unterstellten. Roja, die Protagonistin des Films, fühlt sich durch den Vortrag des Liedes direkt angesprochen. Sie wird von dem Sänger schließlich in aggressiver Weise beleidigt und flüchtet. Im zweiten Teil des Films läuft Roja einer älteren Frau entgegen, die vermeintlich ihre Mutter ist. Doch als sie sich gegenüberstehen, stößt die Frau Roja unsanft von sich. Roja taumelt und wird dann vom Wind immer weiter fortgetragen. Versteht man die Figur der Mutter entsprechend der modernen iranischen Tradition als Personifikation der Heimat, wird die Bedeutung des Films im Hinblick auf Neshats eigene Identität als Exzellentin deutlich. Sie ist weder in der westlichen Welt, verkörpert durch den Theatersaal, noch in ihrer ursprünglichen und emotionalen Heimat Iran willkommen. Nachvollziehbar wird so der Grad an Identitätsverlust, den Menschen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, erfahren. Während Neshat sich in früheren Arbeiten intensiv mit islamischen Gesellschaften und insbesondere mit der Rolle der Frau in diesen Gesellschaften beschäftigte, offenbart Roja so einen sehr persönlichen und dennoch allgemeingültigen Zugang zum Thema Identität. Tobias Ziloni porträtiert in seinen Fotografien häufig Jugendliche am Rande der Gesellschaft. Die Serie Maskirovka, zu deutsch kleine Maskerade, zu der 42 Fotografien und ein Animationsfilm gehören, entstand in den Jahren 2016 und 17 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seit den Maidan-Protesten ab 2013 und der Annexion der Krim durch Russland im März 2014 steckt das Land in einer tiefen Krise. Ziloni zeigt in seinen Fotografien eine Subkultur abseits der Wahrnehmung der Ukraine durch die Weltöffentlichkeit. Die ukrainische Techno- und LGBTQ-Szene. LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer und deren nächtliches Partyleben. Ziloni fotografiert meist nachts, aber ohne Blitz und Stativ. Daraus entsteht die spezifische Bildsprache seiner Arbeiten, geprägt von Zufall und von künstlichen Lichtquellen. Die häufigen Unschärfen heben die Spontanität der Aufnahmen hervor und unterstreichen den Anspruch auf Authentizität. Als Ziloni für mehrere Wochen in der Nachtszene Kiews unterwegs war, fielen ihm besonders die vielen maskierten Partygänger auf. Ein Spiel mit Identitäten. Und dieses ist für viele Jugendkulturen charakteristisch. Doch fügen das wiederkehrende Motiv der Maske und der von Ziloni gewählte Serientitel Maskirovka dem augenscheinlichen Thema eine politische Dimension hinzu. Maskirovka bezeichnet im Kontext der jüngeren ukrainischen Entwicklung die Kriegstaktik, gemäß der russische Soldaten bei der Krim-Annexion ohne hoheitliche Erkennungszeichen agierten, um die Gegner zu verwirren. Aber auch die ukrainischen Protestierenden der Maidan-Revolution traten mit verhüllten Gesichtern auf, um sich gegen Tränengasangriffe zu schützen. Darin werden die Parallelitäten der ukrainischen Gesellschaft deutlich. Neben dem Krieg und der Krise steht der gelebte Alltag. In der Suche der jungen Menschen nach ihrer sexuellen oder allgemein sozialen Identität spiegelt sich die Identitätssuche eines Landes, eingebettet zwischen Europa und Russland. Der Begriff Heimat im modernen Sinne entstand im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Seitdem ist Heimat ein Sehnsuchtsort. Und dieser Sehnsuchtsort wurde und wird nicht selten politisch instrumentalisiert. Der Begriff Heimat wird verbunden mit Geborgenheit, Sicherheit, Zugehörigkeit. Im besten Sinne ist da noch Raum für Andere und für Unbekanntes. Es muss sich nicht zwangsläufig um den Ort handeln, in den man hineingeboren wurde. Heimat kann auch neu gewonnen werden. Doch oft genug wird das Fremde als Bedrohung erlebt. Und Menschen, die ihre ursprüngliche Heimat verloren haben, wird es schwer gemacht, eine neue zu finden. Eva Leitholfs fotografische Serie Deutsche Bilder – Eine Spurensuche umfasst etwa 50 Arbeiten und sie entstanden in zwei Phasen. Den ersten Teil schuf Leitholf Anfang der 1990er Jahre als Reaktion auf eine Reihe massiver rechtsextremer Gewalttaten gegen Asylsuchende, beginnend im sächsischen Hoyerswerda. Sie fotografierte Tatorte von Anschlägen, Sympathisanten im Umfeld, Opfer und unbeteiligte Zuschauer. Bewusst versuchte die Künstlerin, den in Presse und Fernsehen vermittelten reißerischen Aufnahmen ein differenziertes visuelles Bild gegenüberzustellen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und der Kennzeichnung von sogenannten No-Go-Areas für dunkelhäutige oder offensichtlich andersgläubige Besucher nahm Leitholf ihre Arbeit wieder auf. Sie reduzierte die Bildinhalte auf die Orte des Geschehens, lange nach den dort stattgefundenen Übergriffen. Die Aufnahmen verband sie mit akribisch recherchierten Texten zum Tathergang sowie dessen juristischer, medialer und politischer Aufarbeitung. Frappierend wirkt die Gegenüberstellung der teilweise idyllisch wirkenden Orte mit dem Grauen, das die sachlich geschilderten Texte offenbaren. Ist das unsere Heimat? scheinen die Bilder zu fragen. Sie wenden sich gegen das Vergessen und können als Aufforderung verstanden werden, Heimat als Lebensraum für alle zu denken, zu fühlen und zu gestalten. Der Zeichner und Fotograf Peter Piller übernahm im Jahr 2002 den etwa 20.000 Luftbildaufnahmen umfassenden Nachlass einer Firma. Diese hatte Anfang der 1980er Jahre bundesweit Aufnahmen von Siedlungen aus der Vogelperspektive gemacht, um diese später in Form gerahmter Bilder den Eigentümern der einzelnen Häuser an der Haustür zu verkaufen. Auf der Rückseite der Fotografien finden sich teilweise Erklärungen, warum sie nicht gekauft wurden. Die Serie der hier zu sehenden Aufnahmen von Häusern, aus deren Fenstern rote Bettdecken hängen, trägt den Titel Zungen. Die von Piller mit hintergründigem Humor getroffene Auswahl lenkt den Blick auf Strukturen, die nur aus der Vogelperspektive sichtbar werden. Und sie eröffnen einen Blick auf bizarr anmutende Facetten unseres Alltags. Bertram Kober setzt sich in seinen fotografischen Serien häufig mit vom Menschen verlassenen Orten auseinander oder mit Eingriffen des Menschen in die Natur. Die im Jahr 2007 entstandenen Aufnahmen der Serie Carrara zeigen das gleichnamige italienische Bergbaugebiet. Dieses gehört einerseits zu den bekanntesten Bergbaugebieten in Europa, andererseits aber zu den Orten, die aus verkehrs- und sicherheitstechnischen Gründen nur selten von Touristen aufgesucht werden. Seit Jahrtausenden wird in den Steinbrüchen der mehr oder minder rein weiße Carrara-Marmor abgebaut. Verwendung findet dieser bei der Herstellung künstlerischer Skulpturen sowie in der Ausstattung von Bädern und Repräsentationsräumen. Was zu Michelangelos Zeiten noch mühsames und lebensgefährliches Handwerk war, ist inzwischen ausgewachsen zu einer gigantischen Industrie. Einer Industrie, die ihre eigene Ressource aufzehrt. Auf den zweiten Blick wird deutlich, im Kern handelt es sich hier um Raubbau an der Natur. Als ich die Fotografie entdeckte, schrieb die 1939 geborene Herr Linde Kölbel, war es wie ein Ankommen. Ich wusste, ich hatte das Richtige für mich gefunden. Dann begann das Ausprobieren, das Suchen, das Lernen. Es war wie auf sich verästelnden kleinen Nebenwegen zu gehen. Die Hauptstraße lag noch im Nebel. Doch ziemlich bald war die Sicht klar. Ich wollte Menschen, das Leben fotografieren. Menschen sind unberechenbar, voller Geheimnisse und Schicksale. Menschen zu fotografieren ist ein Abenteuer. Kölbel kam Mitte der 1970er Jahre als Autodidaktin zur Fotografie. Und sie wurde eine der berühmtesten deutschen Fotografinnen der Gegenwart. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Serie Spuren der Macht, in der sie Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Joschka Fischer oder Gerhard Schröder porträtierte. Das Arbeiten in Serien gehört zu ihren Grundprinzipien. Die Serien tragen Titel wie Feine Leute, jüdische Porträts oder das deutsche Wohnzimmer. Mit diesen und anderen beweist sie immer wieder ein Gespür für Themen der Zeit. In den Porträts, die Kölbel 2017 in Turkmenistan machte, wird eine grundsätzliche Qualität ihrer Arbeiten deutlich. Sie zeigt die Dargestellten nicht aus einer rein subjektiven Perspektive und fängt sie auch nicht rein deskriptiv mit der Kamera ein. Sie begegnet den Menschen, ihrem Leben, ihrer Geschichte. Turkmenistan ist ein an der jahrtausendealten Seidenstraße gelegener Wüstenstaat östlich des Kaspischen Meeres. Auf die jahrzehntelange Abhängigkeit als Sowjetrepublik folgte eine autoritär geführte Präsidialrepublik mit einem Einparteiensystem. Turkmenistan grenzt an Kasachstan, Usbekistan, Afghanistan und an Iran. Schon diese Aufzählung lässt erahnen, in welchem globalpolitischen Spannungsfeld sich das dortige Leben abspielt. Das Land war erst persisch, dann mongolisch, iranisch, russisch und zuletzt sowjetisch besetzt. Und Kölbels Porträts geben dem entlegenen Land Turkmenistan im wahrsten Sinne des Wortes ein lebendiges Gesicht. Geschichte befindet sich stets im Fluss. Die Gegenwart von eben ist jetzt bereits Vergangenheit. Während die Historiker aus den Fakten der Vergangenheit eine offizielle Geschichte schreiben, besitzen Künstler die Freiheit, konkrete Erfahrungshorizonte zu thematisieren. Und Vergangenheit wird so erfahrbar. Die Kulturwissenschaftlerin Alaida Aßmann brachte dies auf den Punkt. Wir brauchen die Historiker, die uns die Vergangenheit rekonstruieren. Und wir brauchen die Künstler, die sie uns re-konkretisieren. Mit ihrer 2016 entstandenen Serie Ein ruhiger Tag, 1936 bis 2009, wendet sich die Fotografin Johanna Diehl der jüngeren deutschen Geschichte auf eine sehr persönliche Weise zu. Die 73 Fotografien zeigen jeweils den Einband eines Tagebuchs ihrer Großmutter. 73 Jahre lang notierte diese alles Erdenkliche aus ihrem Alltag. Sie schrieb von Tennisspielen, Reisen, Arztterminen und privaten Verabredungen oder eben nur ein ruhiger Tag. Was fehlt, sind Gedanken oder Notizen zu politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen, aber auch zu ihrer eigenen Biografie mit all ihren Schicksalsschlägen. Es finden sich keinerlei Äußerungen über die Ereignisse der NS-Zeit. Diese war für die Familie jedoch sehr bewegt und auch nicht über spätere Geschehnisse der deutschen Geschichte wie Wirtschaftswunder, Terrorismus der RAF oder Wiedervereinigung. Dazu schweigen die Tagebücher. Dieses Schweigen setzte Diehl durch die Ansichten der monochromen Einbände in Fotografien um. Sie verraten nichts über das Innere der Tagebücher, so wie die Großmutter ihren Tagebücher nichts über das eigentlich Wichtige verriet. Sie generieren den Aggregatzustand unaufgeregter Routinen und Normalität. Dieser Umgang mit der Vergangenheit prägte, vermittelt über ihren Vater, auch noch das Leben der 1977 geborenen Johanna Diehl. Doch nicht nur für ihre Familienbiografie ist die Serie von Bedeutung, sondern für den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte. Das Schweigen der Tagebücher steht stellvertretend für das Schweigen einer ganzen Generation. Im Fokus von Marcel Odenbachs Doppelvideoprojektion Beweis zu nichts aus dem Jahr 2016 steht die Bronzegruppe von Fritz Krämer in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Die Figurengruppe der aufständischen KZ-Insassen wurde dort vor dem Glockenturm im Auftrag des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR aufgestellt. Krämer, ein überzeugter Kommunist, war 1952 zusammen mit dem Gartenbauarchitekten Reinhold Lingner und dem Dichter Berthold Brecht als Sieger aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Auf Geheiß des Preisrichtergremiums musste Krämer seinen Entwurf allerdings zweimal erheblich überarbeiten. Krämers Figuren fehle, so hieß es, der notwendige Optimismus. Schließlich blieb dem Bildhauer nichts anderes übrig, als von seiner grundlegenden Idee abzurücken. Im Geiste der Rodin'schen Bürger von Calais von 1884-85 plante Krämer eine sockellose Plastik. Stattdessen musste er eine heroische, pyramidale Memorialplastik liefern. Die Standbilder der ausgemergelten Häftlinge von Buchenwald wurden inszeniert als geistige Keimzelle der DDR, die, so die Botschaft der Figurengruppe, von antifaschistischen Kämpfern gegründet worden war, um Weltfrieden zu schaffen. Inhaftierte Frauen, verfolgte Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und das sowjetische Speziallager an selbiger Stelle nach dem Krieg spart diese Erinnerungskultur aus. Odenbach wählte die Doppelprojektion, um das Mahnmal stets aus zwei, nicht miteinander in Einklang zu bringenden Perspektiven zeigen zu können. Darüber hinaus unterlegte er seine Detailstudien auch mit historischem Filmmaterial, welches visuell jedoch so dünn und durchscheinend wirkt, als habe er es der Verschleierung und dem Verschwinden entrissen. Sarina Bimji wurde als Tochter indischer Nachfahren in Mbarara in Uganda geboren. Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein indischer Unternehmer etwa 20.000 Arbeiter aus Britisch-Indien nach Afrika geholt. Diese sollten, im Auftrag der britischen Kolonisatoren, die Uganda Railway bauen. Durch die Bahnstrecke, die von Mombasa in Kenia über Nairobi und Kampala bis Kassese in Uganda führte, wollten sich die Briten die innerafrikanischen Territorien sichern, was auch gelang, auf dem Rücken der indischen Arbeiter und der indigenen Bevölkerung. Viele der Arbeiter starben bei Unfällen oder an Krankheiten. Die bis dahin autonom lebenden Einheimischen wurden mit Gewalt vertrieben. Es kam zu Massakern. Und viele wurden das Opfer eingeschleppter Seuchen. 1972 verwies der ugandische Diktator Idi Amin alle Asiaten und insbesondere die Inder des Landes. Bimjis Familie emigrierte nach Großbritannien. Und Sarina Bimjis Videoarbeit verwebt die Folgen der Kolonialisierung Afrikas mit ihrer eigenen individuellen Biografie. Bild und Ton korrespondieren nicht miteinander. Bilder der schönen Landschaft wechseln sich ab mit Aufnahmen leerer Häuser und verlassener Bahnstationen der Uganda Railway. Zu sehen sind Einteilungen in verschiedene Klassen. Worte auf Swahili sind vernehmbar. Utawala, Ukoloni, Herrschaft, Kolonie, Kolonialismus. Mvingereza, Engländer. Hofu, Angst. Maumivu, Schmerz. Wir hören aus einem Radio Miriam Makebas Lied Malaika. Irgendwann werden auf Englisch ganze Sätze gesprochen. Etwa Und über allem liegt eine bedrückende Melancholie. Verbrechen oder ihre Folgen, insbesondere diejenigen körperlicher Gewaltanwendung, sind seit Jahrtausenden Thema der Kunst. Mit den Medien Fotografie und Video erhielten die Darstellungen eine neue Qualität. Durch journalistische Bilder sind wir täglich mit Bildern realer Gewalt konfrontiert. Und daraus resultieren eine Reihe grundsätzliche ethische Fragen. Was darf man im Rahmen journalistischer Berichterstattung zeigen? Darf man hinschauen? Muss man hinschauen? Sind nicht beispielsweise die bildlichen Darstellungen terroristischer Akte deren Komplizen und derjenige, der hinschaut, ebenfalls? Die Terroristen wie zum Beispiel von 9-11 kalkulieren ja ein, dass die Bilder von ihren Taten um die Welt gehen und Angst und Schrecken verbreiten. Daher sind die Bilder Komplizen der Terroristen. Und wenn man sie verbreitet und rezipiert, macht man da mit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Forschung zu Terrorbildern. Kunst jedoch muss hinschauen. Es ist nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht einer gesellschaftlich engagierten Kunst, die Folgen von ethnisch, religiös oder politisch motivierter Gewalt zu zeigen. Nur so können Ursachen und Zusammenhänge deutlich gemacht werden. Und nur so werden die Opfer angemessen gewürdigt. Erkan Özgen veranschaulicht in seiner Videoarbeit Wonderland das Thema Flucht mit dem Fokus auf die damit einhergehenden Verbrechen auf besonders anrührende Weise. Sein Protagonist ist der 13-jährige Mohammed. Mohammed floh mit seiner Familie in Folge von Angriffen des IS in den Jahren 2014-2015 aus Kobane in Syrien über die Grenze in die Türkei. Mohammed ist gehörlos. Er kann nicht sprechen. Er berichtet jedoch durch den Einsatz seines ganzen Körpers und durch Laute von seinen Erfahrungen. Von Granaten und Bombenhagel, Wassermangel, Erschießungen, abgeschossenen Flugzeugen, Enthauptungen und barbarischen Folterungen. Ein Kind erzählt von furchtbarsten Verbrechen. Durch Özgens Video wird sichtbar, Flucht bedeutet nicht nur, dass die Zielländer der Flüchtlinge mit logistischen Problemen zu kämpfen haben, sondern dass unter den Flüchtlingen unzählige Opfer von Verbrechen sind. Und die Traumata, die ihre Vertreibung begleitet, werden noch Generationen prägen. Nur scheinbar zeigt Trevor Paglen in seinen großformatigen Aufnahmen die Schönheit von Himmelslandschaften. Auf den zweiten Blick werden kleine Punkte sichtbar, nicht selten am Bildrand. Militärische Drohnen der sogenannten Reaper-Klasse. Reaper, Sensenmann, steht in diesem Fall als zynischer Euphemismus für die Fähigkeit dieser unbemannten Fluggeräte aus großer Entfernung zu töten. Sie sind mit Schusswaffen oder Raketen ausgestattet und werden mit Hilfe von Satelliten gesteuert, oft aus Hunderten oder Tausenden Kilometern Entfernung. Paglens Arbeiten machen sichtbar, was eigentlich unsichtbar bleiben soll. Die militärtechnologischen Aktivitäten der US-Armee und der US-Geheimdienste. Dafür recherchierte er intensiv. So arbeitete er unter anderem mit dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden zusammen. Mit dem Wissen um das eigentliche Motiv der hier ausgestellten Fotografien können diese nicht mehr mit dem anfänglich möglicherweise arglosen Wohlgefallen betrachtet werden. Die Arbeiten können so auch als Aufforderung verstanden werden, das Augenscheinliche stets kritisch zu hinterfragen. Kapital ist in der bildenden Kunst, häufig in Form von Gold und Geld, schon sehr lange Thema und oder Motiv. Doch längst ist die Kunst selbst ein eigener Faktor auf dem Kapitalmarkt geworden. Immer wieder belegen dies absurd hohe Summen, die heute für Werke einer Handvoll Künstler auf dem Kunstmarkt gezahlt werden. Und dieser Prozess birgt die Gefahr, dass sich die Künstler dem Mechanismus der Marktgängigkeit unterwerfen. Dennoch gibt es auch zahlreiche zeitgenössische Künstler, die sich kritisch mit dem Thema Kapital auseinandersetzen. Mit dem Kapital der Großkonzerne, mit den Verstrickungen zwischen der bildenden Kunst und dem Kapital, aber auch mit dem Verhältnis des kleinen Mannes zum lieben Geld. Chito Steyerl wurde 1966 in München geboren. Sie ist promovierte Philosophin und arbeitet als Filmemacherin und Autorin. In ihrer Videoarbeit »Is the Museum a Battlefield« von 2013 inszeniert sich Steyerl während eines quasi-akademischen Vortrags. Der Vortrag ist gespickt durch zahlreiche fiktionale Aussagen, ohne dass dies das eigentliche Anliegen der Künstlerin verrät. Steyerl verweist auf die engen Verflechtungen von Kunst, auch ihre eigenen mit wirtschaftlichen und politischen Interessen. Insbesondere durch das Sponsoring von Ausstellungen oder Museen durch Firmen, die Waffen und Munition produzieren oder die ihre Konsumenten durch digitale Technologien manipulieren und kontrollieren. So arbeitet sie beispielsweise heraus, dass ihre Freundin Andrea Wolf, eine PKK-Kämpferin, 1998 von einer Kugel des Herstellers Lockheed Martin getötet wurde. Dieses Unternehmen war wiederum Sponsor der Istanbul Biennale, wo die Künstlerin ihren Vortrag hielt, und auch Förderer der Ausstellung am Art Institute Chicago, wo Hito Steyerl ihren Film November über den Tod der PKK-Kämpferin zeigte. Was passiert mit dem Elektroshot, den digitalisierte Gesellschaften Tag für Tag produzieren? Die Antwort zeigt uns der südafrikanische Fotograf Peter Hugo in seiner Serie Permanent Error aus dem Jahr 2010. Es sind Aufnahmen aus Akbok Bloshi, einem Stadtteil der ghanaischen Hauptstadt Accra, die uns zeigen, wie Afrika von den Industrienationen noch immer ausgebeutet wird. In Akbok Bloshi gibt es eine Müllhalde für illegal eingeführten Elektroschrott. Der Ort gehört zu den am meisten kontaminierten Plätzen der Erde. Und dort arbeiten sehr viele Kinder und Jugendliche. Um an wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Aluminium und Kupfer zu gelangen, zerlegen oder verbrennen sie die Plastikgehäuse der Geräte. Dies setzt giftige Stoffe von Blei bis Quecksilber frei. Die Luftverschmutzung, der kontaminierte Boden und das verseuchte Grundwasser schädigen die Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung. Das Kräfteungleichgewicht zwischen den westlichen Nationen und Afrika wird so schamlos weiter ausgenutzt. Im ersten Schritt produzieren die Industriestaaten Produkte mit kurzer Verwendungsdauer. Dies mobilisiert den Konsum. Und da die Kosten für Rohstoffrecycling in den Industrieländern zu hoch sind, verlagert man dieses im zweiten Schritt an einen Ort, der durch seine Armut gar nicht anders kann, als die sich bietende Chance zu ergreifen. Hugo verdeutlicht diesen Zusammenhang mit Porträts von ernstblickenden Menschen in einer surreal anmutenden Landschaft. In dieser liegen Plastikteile wie Knochen auf einem Leichenfeld herum. Feuer schwelen und Rauchwolken steigen auf. Das Erzielen von Kapital auf Kosten anderer könnte kaum anschaulicher ins Bild gesetzt werden. Andreas Gurski studierte in den 1980er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf und war dort Meisterschüler von Bernd Becher. Im Gegensatz zu Bernd und Hillerbecher fotografiert Gurski seit jeher in Farbe und bearbeitet seine Aufnahmen digital. Arbeiten wie Amazon von 2016 sind zusammengesetzt aus einer Vielzahl an Fotografien, die aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wurden. Durch das nachträgliche Zusammenfügen entstehen jedoch Panoramen ohne perspektivische Verzerrung. Gurskis Arbeiten sind nicht dokumentarisch. Sie eröffnen jedoch umso stärker Einblicke in die Realität unserer Gegenwart. Er nimmt globale Orte auf, an denen sich Menschen bewegen, Waren oder Kapital fließen. Flughäfen und andere Verkehrsknotenpunkte, Hotelkomplexe oder Wohnanlagen, Konzerte oder Schwimmbäder. Zumeist von einem entfernten, leicht erhöhten Standpunkt aus registriert Gurski die Welt als ein in allen Einzelheiten strukturiertes, durch geometrische Ordnung definiertes Gefüge. In der heutigen globalisierten und digitalisierten Welt wirkt dies wie ein Versuch, die Welt visuell als Ganzes zusammenzuhalten. Der Blick in die Lagerhalle des Versandriesen Amazon in Phoenix, Arizona erstreckt sich über das gesamte Bild und lässt sich über die Ränder hinaus weiterdenken. Zahllose Waren wie Bücher, Spielsachen, Kleidung, Haushalts- und Elektroartikel werden aneinandergereiht dargeboten, ohne dass wir das System sehen, welches sie sortiert. Der Slogan von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Work hard, have fun, make history, ist auf den drei Pfeilern zu erkennen, die sich wie Fixpunkte aus dem wahren Meer erheben. Amazon kann gelesen werden wie eine Parabel über das Konsumverhalten im digitalen Zeitalter. Gurski erklärt die Welt nicht, sondern macht sie in ihrer widersprüchlichen Komplexität sichtbar. Auch in Bertram Cobas aktueller Serie Goldbach geht es wie schon in Carrara um die Eingriffe des Menschen in die Natur. Der Ort mit dem deutschen Namen Goldbach liegt in Rumänien. Im Rumänischen ist er als Rogia Montana bekannt. Der lateinische Name Alburnus Major verweist auf die weit zurückreichende Geschichte des Ortes. Und diese geht zurück auf den Umstand, dass hier bereits vor über 2000 Jahren Gold abgebaut wurde. Unter der sozialistischen Herrschaft wurde dann nur noch Kupfer gewonnen. Auf dessen roten Farbton verweist der zweite deutsche Ortsname, Rotseifen. Die genannten Bodenschätze sind erschöpft und man könnte hoffen, dass sich die Natur nun die Gegend um Goldbach zurückerobert. Doch die Landschaft ist fundamental gefährdet. Ein kanadischer Bergbaukonzern beabsichtigt, noch vorhandene Berge abzutragen, das Gestein zu zerkleinern und das restliche Gold auf chemischem Wege herauszuwaschen. Davon verspricht man sich noch einmal einen Ertrag von einigen hundert Tonnen des Rohstoffs. Im Raum steht jedoch, neben der Umweltzerstörung, die Frage nach der Schädlichkeit der zum Einsatz kommenden Chemikalien. Man kennt dies aus dem Verfahren des Frackings. Was aber wird sich durchsetzen? Der Sinn und das Wissen um die gefährdete Natur oder die Profitorientierung eines global agierenden Konzerns. Gemäß ihrem sehr persönlichen Zugang zu den Menschen hat Herr Linde Kölbel für ihre im Jahr 2005 entstandene Videoarbeit Goldmund eine Vielzahl an Personen gefragt, was sie machen würden, wenn sie plötzlich viel Geld bekämen. Im Film sind die Antworten zu hören. Zu sehen sind nur die sprechenden Münder der Befragten, zusammengefügt zu einem bewegten Mosaik. Die Antworten lassen tief in die Wertorientierung der Gegenwart blicken. Und sie regen dazu an, eigene Begehrlichkeiten zu hinterfragen. Der Begriff Goldmund umschreibt seit dem 18. Jahrhundert jemanden, der goldene Weisheiten ausspricht. Die in Kölbels Werk anonym ausgesprochenen Wünsche sind authentisch und gewähren so tiefe Einblicke in das Denken und Fühlen in unserer Gesellschaft.